Ja, Hallöchen, da sind wir wieder back und ich habe jetzt ein anderes Textur-Pack drinne, nur um das mal zu zeigen, das gehört mit zu meinen Favoriten, das ist Ovos Rustic, heißt das glaube ich, ja, so heißt das, und ja, das ist eins meiner, das gehört mit zu meinen Favoriten, weil es einfach, das ist einfach dieses Comic-Figuren-Zeichnen, wenn jemand meint, wenn jemand weiß, was ich meine. Und so Comic-Figuren-Style ist das, so alles so eher gezeichnet und ich liebe das absolut, das ist einfach hammergeil, ich finde das, zum Beispiel Faden sieht hier auch so aus und Feuerstein sieht auch richtig lustig aus, Erde, Kohle, Kohle sieht auch nach Kohle aus und ja, Crafting-Table müsste ich mir vielleicht noch ein paar Stöckchen machen, so, dann habe ich hier neun Stöcke und da mache ich mir dann draus eine Spitzhacke, ne, zuerst zwei Schaufeln und dann mache ich mir noch zwei Spitzhacken draus und dann und dann geht's ab. Ja, das ist Noven, da habe ich gebratenes Hühnchen und da Eisenerz. Klatsch' ich auch noch zwei rein. Oh, scheiße. Ja, das können wir auch hier machen. Ähm, Knochen mache ich mir jetzt kurz so Knochenmehl und gehe und bedünge draußen die Landschaft. Dann, wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, kommt dann so lustiges Gestrüpp. Oh, wie das gerade leckt. Was ist gerade, was ist mit den Frames zurzeit los? Uhu! Zieht euch das mal rein, ey. Wie das Ganze düngt hier. Wow! Und da kriegt man auch schon die ersten Samen. Das ist einfach heftig geil. Und ich habe es eigentlich zu keinem anderen Zweck gemacht, als jetzt das Ganze wieder kaputt zu matschen und da Samen rauszukriegen. Mit denen wir da noch ein bisschen was anpflanzen können. Juhu! Ja, äh, meine Farm, meine Weizenfarm werde ich dann auch dort hinten errichten. Da, wo die Bäume nicht wachsen konnten, da werde ich dann auch meine Weizenfarm errichten. Und ich glaube, der Weizen ist reif. Nein, er ist nicht reif. Nein, er war nicht reif. Egal. Egal. Juhu, eingetrampelt. So. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein bisschen Samen und eine Schaufel. Damit wollte ich den Hühnern hier ein bisschen zugute kommen. Ja, ja, komm. Gib mir mal kurz das Ei. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn da jetzt ein Hühnchen raus stolzieren würde. Hm. Das hätten die wohl gern, oder? Dass die hier rauskommen. So. Jetzt hier noch den wegmachen. Und das kann man auch noch wegklatschen. So, dann haben die hier jetzt noch das alles ein bisschen wegmachen. Und so. Ja, sagt mir mal meine Meinung. Äh, sagt mir mal eure Meinung, meine ich. Ähm, wie findet ihr dieses Textual Pack? Sagt ihr, ich soll lieber Misa reinmachen, oder lieber überhaupt ein ganz anderes? Ich bin für Verbesserungsvorschläge immer offen. Da bin ich immer ähm, für bereit zuzuhören und, äh, euch auch vielleicht einmal etwas Gehör zu schenken. Weg mit dem. Hehe, he. Jetzt wollten die doch tatsächlich da raufkrabbeln. So, jetzt haben die hier ein bisschen größeres Gehege. Nicht sehr größer, aber ein bisschen schon. Ja. Aber was kann ich denn da sagen? Ich brauche noch ein bisschen Eisnerz. Ähm, erstmal sollte ich in meine Hütte wieder gehen. Und da mal meine, wie heißen die? In meine Kiste. Meinen Samen abgeben. Nicht falsch verstehen. Ähm, Kohle. Doch, die Kohle könnte ich brauchen. Mh, die kommt weg. Das Holz bleibt da. Der Sand kommt auch mit. Obwohl, das kommt rein. Ofenlein. So. Holzkohle und das ist normale Kohle. Ja, die normale Kohle kann zwei Eisenbahren und oben klatsche ich hier den Sand rein, dass es Glas gibt. So. Kohle und zwei Eisenbahren, die brauche ich jetzt auch noch nicht. bringen mir relativ wenig was. Aber ich würde jetzt gerne gehen und und meine Mine weiterarbeiten. Vielleicht sollte ich da noch ein paar, ein paar Stextreppen mitnehmen. Da bin ich schon ein bisschen dumm. Ähm, Steintreppen und mit Holz machen wir uns auch zwei so lustige Druckplatten. Die bringen wir genau hier an. Gehst du gefälligst zu? Was hat die für Probleme? Egal. Ähm. Ja. Da hinten ist meine Höhle. Auf geht's. Ähm. Ich weiß gar nicht, was gerade mit meiner Stimme ist. Das kann ich echt nicht sagen. So. Und ab nach unten. Trolala, trolala, trotototototrot trolitalitalitalala. Hm. Bitch, please. Hier weitermachen. So. Nochmal ordentlich Cobblestone abbauen. Ja, und... Das wäre auch schon eine Möglichkeit. Hier. Das muss noch weg. So, dann kommen wir da auch wieder rein. Das ist sogenanntes Keys. Sieht hier ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber... Aber egal. Ich finde den Texture Pack trotzdem super. Sieht irgendwie leicht aus, wie so ein bisschen Tabletten über den Haufen geworfen. Das muss hier alles weg. Kann ich gleich alles wieder abbauen. So heftig viel von dem Zeugs hier da. Yay, sogar Feuerstein. Haben wir hier ordentlich drin, ne? So. Acht Feuersteine auf einmal gekriegt. Jo. Gar nicht mal so übel. Würde ich jetzt behaupten. Und wer mich kennt, weiß, ich behaupte viel, wenn der Tag lang ist. Und ich labere gerade so eine Scheuse. Und mir fällt auf, wir haben keine Fackeln dabei. Haben wir nicht mehr Kohle dabei, oder wie? Oh, oh, oh. Ich bin doch ein Idiot. Ein Idiot. Hoch 10. So, ja. Da können wir aber auch nix machen. Es muss auch Idioten geben auf dieser Welt, ne? Wenn es keinen Idioten gibt, wäre es ja irgendwie langweilig. Hm. Oh, cool, krass. Nochmal zwei Samen gekriegt. Es finde ich...